Okay, warte mal, ich mach mal Just for Fun Denen hier. Ich dachte, es bringt was. Na gut. Wir können doch jetzt nicht aufhören. Jetzt, wo wir so weit drin sind, wir können doch jetzt nicht einfach... Das geht nicht. Sinnvolle Leiter. Vor dem Ziel sollte man immer aufgeben. Nee, es geht doch jetzt darum, äh... Es geht doch jetzt darum, dass der Krieg vorbei... Jetzt denk doch mal bitte daran. Oh. Ja, dann geh halt wieder. Ja, Mama. Komm ja zurück. Okay. Okay. Geil. Munition für Pistole. So, zwei Gewehrpatronen, wir sind da. Oh, oh. Herr Skiller. Was machen Sie denn hier? So, warte. So, oftmals nicht mehr sehr viel. Ähm... Gut. Was haben wir denn da noch? Nehmen. Ach so. Da war ja noch was. Die Spielmechanik, die... Wurde ja immer wieder aufgegriffen. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Story. Okay, warte kurz. Lesen. Du hast die verdammte Mikrowelle seit zwei Monaten nicht mehr repariert. Zwei Monaten. Schrauben am Ende dann zwei Monate oder zwei Monate? Sagen wir mal, wieso sind hier pinke Geräusche? Ich dachte, wir überraschen jemanden. Ich dachte, wir überraschen da jemanden beim Lulu machen. Macht aber niemand Lulu. Shit. Aha, Stream Deck Update. Wie wär's denn mit Nein? Stream Deck hat so eine beschissene Software, ne? Entschuldigung. Zum Belegen super, zum Updaten furchtbar. Dass wir den Profilen, wie die gespeichert sind, alles ist einfach eine Katastrophe. So, aber... Ich wollte mal ein bisschen Spannung hier reinbringen. Indem ich was von Stream Deck erzähle. Wieso sieht er mich? Wieso sieht er mich hier? Hier ist doch dunkel. Ich hab das Rot gesehen, aber ich dachte, das wäre ein Fehler. Der kann mich hier gar nicht sehen. Geil. 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 Was für ein alter Hund. So hart. Was wir tun und tun konnten war unbegrenzt was auch so töten um zu überleben ist zu unserer routine geworden Auf einmal wieder Tag. Episode 6 Wahl der richtigen Freund aus. Denkt immer daran. Der richtige Freund ist bestes Wahl. Guten Wahl nicht bestes Wahl, dann richtigen Freund. Ach, hier sind ja überall. Okay, das haben wir noch. Die sind ja überall. Die sind ja überall hier. Ich glaube, man soll ja gar nicht snipen, aber ich mache es trotzdem. Drei Pixel reichen mir schon. Ist das jemand? Ja ne? Ich glaube da steht jemand. Jo, da steht jemand. Stand. Den kriege ich nicht. Adrenalin, Leute. Adrenalin. Ich glaube, wir sind im Endgame. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gleich beginnt der gute Teil. Ich bin mir fast sicher. Ist das jemand oder steht da nur irgendwas? Das war jemand. Okay. Ich glaube, gleich kommt der gute Teil. Das kann nicht mehr lange dauern. Also ich bin fast sicher. Ich bin unsicher, solange die Percussions hier noch so am Abgehen sind. Das war es doch noch nicht, oder? Da. Da. Wo ist meine Waffe? Okay. Ich glaube, im Haus ist noch jemand. Ich höre zumindest noch Schritte. Warte. Hat er, hat er nichts dabei? Ist das meine Schritte? Ähm. Oh gut, die Musik kommt wieder rein gefadet. Die gerade einfach weg war. Oh gut. So, für Leute, die neu hier sind. Wir spielen gerade PUBG. Ja, also das, äh, ihr kennt das vielleicht. PUBG. Ähm, neue Map einfach gerade. Und ich glaube, wir schaffen es. Ich, ich, ich glaube, wir, ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, äh, wir haben es gleich. Ich habe einen guten Run heute. So, warte. Das ist niemand, okay. So, mal kurz in die Garage gehen. Äh, wir haben ja noch zig Leute weggeballert, ne? Wir müssen hier noch looten. spielen. Aber traumisch noch nicht. Weil ich glaube, wir sind nicht allein. Sieht ein bisschen aus wie bei, äh, wie ist das Survival-Game, was wir gespielt haben? Nicht Miss Survival, sondern das andere, was wir im Stream immer gespielt haben. Unser Essen geht zur Neige. Wir müssen nach neuen Orten sehen. Ähm. Hab vergessen, wie das hieß. Ich hab's vergessen. Infected hieß es. Infected. Jawohl. So hieß es. Da gab's immer genau solche Städte. Toll einfach. Eine Mischung aus PUBG, Infected, Miss Survival, Last of, äh, Wurst of Us. Äh, da ist alles dabei. Oh, okay. Hier ist doch bestimmt noch jemand drum, oder? Da. Ich wusste es. Na toll. Hätte er klappen können. Was er hin? Hallo? Ähm, wieso dreht er sich nicht um? Hallo? Was ist denn? Was ist das? Ah, da muss ich mit dem rückwärts einparken, oder was? Warum dreht er sich denn nicht in die Richtung, in die ich will? So weird manchmal. Okay, warte. Okay, ja, Healthpack brauchen wir irgendwie nicht, weil alles ist hier sehr ruhig. Ich glaube, der gute Part geht gleich los. Ich glaube, gleich fängt der gute Part an. Wir sind so kurz davor, ich kann es euch gar nicht sagen. Deswegen lasse ich es. Aber gleich kommt der gute Part. Läuft hier auch noch jemand drum? Wo muss ich überhaupt hin? Ah, vielen Dank. Sehr viele Healthpacks. Oh Gott, oh Gott, warte kurz. Shit, I can't find this very key. Where did you need it? God, I'm so disgusted. Your memory found, Henry. You can see it in the attic. Was? Fuck, was? Wer ist denn Henry? Was? Findet ihr den Schlüssel? Ich bin nicht hier. Ich glaube, hinter der Tür, ne? Ich glaube, da geht der gute Part los. Ich meine, wo, wenn nicht da? Oh Gott. Heilige Maria. Die Schüsse hörten einige Tage lang nicht auf. Schwierige Dinge für einen alten Mann. Ich glaube, diese Tage sind meine letzten Tage hier. Henry. Hat er die Knarre weggelegt in der Szene? Ja, ne? Wow. Was für ein Pathfinder. Das ist schon cool. Was macht er mit seinen Händen? Das darf doch nicht wahr sein. Gute Reaktionszeit. Ich glaube, ich schaffe das noch mit CSGO. Gewehrpatrone. Immer Gewehrpatrone, Gewehrpatrone. Oh, wir haben ganz tolle Gewehrpatronen. Oh, wir sind so tolle, super böse Wüste. So, hier oben ist bestimmt ein Schlüssel. Hier, ich, hier muss es, hier muss... Ich habe es nicht schon vorher durchgespielt. Das wäre, das wäre, ehrlich gesagt, ziemlich furchtbar. So, okay, wir retten jetzt Anna, aber... Okay. Wir prädikten mal, Anna ist auf der Seite der Bösewichte. Sie wurde nicht entführt, sie ist freiwillig gegangen. Oder sie ist Kopf der Bösewichte. Irgendwas, irgendein Blotwiss in der Richtung. Anna, bist du es? So, jetzt ist der gute Part. Jetzt sind wir mitten im guten Part. Hier. Man merkt es daran, dass es der gute Part ist. Ihr müsst nur genau aufpassen, dann seht ihr es auch. So, was für ein guter Part. Boah. Von allen Parts ist das, glaube ich, der guteste. Okay. Dieser Musikloop, ne? Dieser Musikloop ist auch alles. Schön. Oh, what a shit. Oh, nein. What's that noise? Well, I have problem with taking orders. I've got some good news and some bad news. What happened? Bad news is, we are outnumbered. So we really are dead this time. And the good news, you maniac? We will die together. What happened to your family? Are they alive? No idea, but I'm sure they're in peace. How can you be so sure? Because they don't live here, buddy. Why did you come here? Why did you come here? It's obvious you used to be in the military. Yeah. Once I was weathering of many wars, but now I'm different. Now I can feel the arms of the dead. Well, you were like a real asshole in the station. There's still something inside you. Yes. They're coming. Get ready. What? What? I'm not ready. Okay, weißt du was? We'll do this again. We'll do this again. Jetzt schieß doch mal, Mann. Der schießt nicht. Junge, Junge. Der schießt manchmal einfach nicht. Wieso schießt der denn nicht? Alter. Oh, was mit der Musik? Es ist, also, ich bin ehrlich, es ist eine Katastrophe teilweise. Die Steuerung ist, äh, einfach der Shit. Und wenn ich sage, der Shit, dann meine ich die Steuerung ist Shit. So. Die Musik ist gut. Die Musik ist auch gar nicht broken. Die Musik ist null flot. Was ist denn das für ein Game? Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn? Okay, die Kaiin kommt die Treppen nicht hoch, glaube ich, ne? Ich kann wieder nicht schießen. Ich kann einfach nicht schießen. Das ist einfach der Traum. Das Game ist das Beste. Das ist der gute Part übrigens. Ich... Okay. Wie? Hä? Wo kam der denn her? Wo kam der her? Sind die beiden anderen tot? War kein Freund. Ja, da. War der. Das ist der gute Part immer noch Hä, aber der war doch grad schon Der ist doch grad schon reingekommen Ach so Immer wenn sie durchs Faden Oder einer von unserer Freunde durchs Fadenkreuz läuft Dann steckt der automatisch die Waffe wieder weg Uff Ja, ist nicht ganz so cool Ich würde gerne rausgehen Okay, weißt du was, ich geh mal so raus Ich hab gedacht, die beiden machen das wieder vor uns Aber leider Ups Ich kann wieder nicht schießen Was macht der denn? Jetzt schieß doch Oh, was für ein geiler Kampf Wow, es war Das war wie Doom 2016 Das war alles von mir, Leute Es war ein Ehre Ich werde nur aufrufen Und habe meine Lose Bier Oh Gott, was ist das? Du kämpfst gut Du musst nicht alleine sein Komm mit uns Ich vermisse meine Freunde Es ist Zeit, sie zu sein Nein, Tobi, geh nicht Nein, Tobi, warum? Wow Einfach wow Episode 7 Bevor wir gehen Do you really think this is a good idea? It might be pretty chilly Then again, there might be some hot chicks Hehe It'll be chilly, but at least there won't be anyone that wants to kill us And probably some hot chicks So, we'll be right back to the next one